Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Far Cry 3 Blood Dragon und ja, ist ein verrückter Spaß hier und deswegen sind wir einfach noch hier im Geschäft und ich muss euch sagen, das ist jetzt die letzte Folge, die ich heute machen werde. Dann bin ich schon auch ein Aufnahme-Session. Also jetzt, äh, äh, was ist denn da? Uiuiui, was ist denn hier? Was war das? Ach, Munition, okay. Alles Paletti. Nein, nicht runterfahren, ne, da, da. Nein! Uah! Huah! Schlimm. Ich, weh, 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 das ist so, man ist einfach so schnell, ich kann damit nicht klar. Okay, dann setzen wir uns mal ins Auto. Wir haben ja schon Laser für unsere Pistole. Also, irgendwann wird uns dieses kackt Lager da hinten. Das da. Das da so hell leuchtet. In voller rötlichen Blüten. Oh, hallo! Nein. Tschö, Leute! Okay, jetzt reicht's mir. Alter. Alter. Huuu! Na, heiß Angelegenheit,cin 친. Wenn alle tot sind. Ach, was ein scheiß Ding, ey. Huah, Headshot. Wo kommt der jetzt schon wieder, ja? Alter, Falter. Da frag ich mich ja, ob solche Schießereien überhaupt diese komischen Fische anlocken. Die Drachen. Hey, halt, nein. Hammer, nice. Ich würde lieber die Leiche luten, das wollte ich tun. Steel, no, Herz rausreißen. Das zerreißt einem das Herz, was? Och, ja, 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 ich war ja auch bei der Schwitz schlecht. So mag ich das. Immer schön die Herzen rausreißen hier. Und noch mal einer. Und noch einer Phasertron-Munition. Boah, die Witze sind so schlecht von dem, ne? Vor allem die Stimme ist irgendwie cool. Oh. Oh. Ja, da hält schon ein bisschen was aus. Aber auch nicht gerade die Welt. Neu im Shop Sprenggeschosse. Nice. Oh, ist da noch eine Phasers. Was ist das? Objekte eingesammelt. VHS Kassette 1. Wuhu! Hier sieht man es deutlich, was ich meine. Dieses komische mit diesen Strichen da überall. Vor allem im Himmel sieht man das. Aha. Da steht auch einer. Den kann ich jetzt mal nicht gerade markieren. Das tat bestimmt weh. Das tat bestimmt richtig schön weh. Mega Schilder offline. Mega Schilder offline. Oh yeah. Mega Schilder sind offline und jetzt mal gucken, ob hier irgendwo ein Drache rumläuft. Das tat steht auch mal nicht. Das tat ich nicht mehr an. Aber das tat nicht mehr an. Das tat ich nicht mehr an. Das tat ich nicht mehr an. Ich habe die Kaffee. Dann ist das auch noch mein Sam. Ich habe auch in der Nähe. Ich habe nur noch mal Pfeil. Das tat ich nicht mehr an. Ah, Express ins Leichenschauhaus. Ha, 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 ha. Boah, die beiden sind von dem so hart. Schlecht einfach nur, ne? Wow, 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 schwimm ich schnell. Alter, schwimm ich schnell. Leck mich am Arsch. Also die Sniper finde ich mit unten noch am besten. Ah, erst mal nachladen. Das ist, Junge, das ist. Ne, Spaß. Ich will jetzt erst auf, wie viele Kinder hier überhaupt sind. Jetzt, ihr seid schon wieder weh. Ha, 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 ha. Kopfschuss. Kopfschuss. Das ist göttlich. Richtig göttlich. So. Wir sind hier als Niki reingegangen. Jetzt brauchen wir uns noch schnell den Sniper raus. Wir sind hier als Niki reingegangen. Wir sind hier als Niki reingegangen. Wo ist denn der Drache? Oh. Ich hab ihn gefunden. Oh. Okay, dann machen wir die eine Nummer kleinen Scheiße nochmal weg. Oh. Ob der hier hochkommt? Boah. Boah, er ist dir fast gar kein Leben ab. alter also ein bisschen schillen kannst du schon okay nur das hier ich hab keine lust mehr auf dich dir da holen jetzt kommen raus dann los jetzt steht wir aktivieren hier bitte kann man nicht okay aber das muss ich nicht haben ich habe auch gut ohne den aus diese kuscheln kack vieler brauche ich nicht die drachen an sich sind ja eigentlich gar nicht mehr so mega scheiße problem ist nur die haben so viel verdammte leben ich glaube bestimmt in einer art wichtig schnell töten kann oder schon gibt es später etwas was wir uns holen können womit wir die einfach instant töten also da ist ein gegner ich hoffe nicht Alter! Und den Ote Laser im Hintergrund so Ja, diese Witze Newton, Jungs! Spass, die Mega-Shelder Online! Mega-Shelder Online! So, nochmal hier Ich glaube, ich habe gerade sein Herz gewonnen Boah, hier, 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 hier Boah, war der Schlechte. Ähm... Ach, das Geschäft ist über uns. Ich wollte gerade schon sagen, wo es das Geschäft ist. Über uns? Na, Kollege Thunchu. So, was haben wir denn hier? E-Halten interagieren. Geiselrettung. Die Omega Force untersucht Ruinen und schmeißt ihren Müll in die Natur. Tötet die Umweltverschmutzer und rettet den Wissenschaftler, der sie begleitet. Vollautomatik dann. Aber man, nice, weil die hier hat irgendwie so ein Fünf-Schuss-Mechanismus. So, Fünf-Schuss und dann ist Ende. Irgendwie wenig öde. Was ist eigentlich? Mal ganz dumm gefragt. Wenn ich das so mache. Na komm. Uh! Ich dachte, die Schilder schützen mich. Das ist zwar... Ich finde das ja am besten irgendwie. Ich kriege die noch down, oder? Ah, ja, jetzt. Jetzt schmecke ich dich, Jünger. Kollege, du hättest nicht lange durch. Down! Uhuhu! Na ja, die Pistole ist zwar mittelmäßig, aber ich habe den Drachen getötet. Also, wenn man so die Schilder hat, geht das eigentlich voll klar. Wie, die kommen hier rein? Was wollt ihr denn hier drin? Geht mal weg hier. Mir stinkt. So, die haben wir nachgeladen. Wir müssen uns jetzt immer noch was wissen, das Geschäft. Jetzt nochmal. Jetzt wird das Geschäft von mir verloren. Das müsste doch eigentlich da hinten sein, oder? Da oben irgendwo. Da! Hui! E halten. So, Konsumartikel. Was haben wir hier? Ein Scan des Nordwestens. Er zeigt Sammelbares zum Stehlen. Ähm, mitnehmen. Ha! Auch geil. Dann nehmen wir uns davon mal so viel mit, wie es geht. Okay. Dann geben wir mal uns Waffen. An die, also erstmal Munition. Munition auffüllen. Zack. Waffen. Hier, bei dem haben wir doch noch nichts. Hier haben wir beides. Hier auch noch nichts. Da, Sprenggeschosse. Sprenggeschosse. So geht fröhlich, äh, frösche Aufblasen bei der Army. Freigeschaltet nach Erlegung von 60 Jahren. Ha! Ha! Sieht doch voll geil aus. Erstmal testen. Erstmal sniper in die Hand. Ah, nee, nicht schrubflinte. Sniper! Das kann lustig werden. So, dann setzen wir uns mal hier rein. Ja, komm. Setz dich, Kollege. Da, 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 da. Oh, ich werde angeschrieben. Da, 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 da. Ja, schon zum zweitmal jetzt. Fein, komm, mich aufholen, sei doch was von mir. Wie wär das denn das Weg? Reicht das so? Nee. Noch tiefer? Ja. Das ist die beste Waffe im ganzen Spiel. Ganz im Ernst, die ist richtig fett. Leck mich am Arsch. Was wollt ihr denn von mir, ha? Spacken hier. Ah. Weißt du, steht da irgendwo hinter mir. Ich drehe mich um nach 20.000 Schüssen. Keine guten Reflexe. Ja. Was? Ey, oh. Oh, ein Herz rausreißen. Ich werde jetzt aber nicht von allen die Herzen wegnehmen. Nur von denen, die ich jetzt gerade so... Nimm dein Herz in die Hand. ...kürz im Blickwinkel hab. Es ist doch weiter weg, als ich gedacht hab. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es echt so weit weg ist. Ich dachte, was will mich denn da jetzt anfallen für ein Tier? Oh. Oh, das ist natürlich ein gutes Zeichen, wenn die so Skelette sind. Naja. Sagen wir mal... ...Skelett. Auch wenn es nicht gerade aus sah wie ein Skelett. LOL. Man kann Köpfe machen. Aber nice. Okay. 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 Wo ist denn die Geisel? Braut er einen Togbringer in der Hand. Also nicht einen Togbringer, sondern eigentlich so ein... ...eine Minigun. Wo ist denn die Geisel? Ach du Scheiße, wie tief geht denn das da rein? Take down und verstecken. Es ist wie in den Hundi am... Oh, aber jetzt ist es egal. Ja, dann locken wir dich mal. Ey, da war doch was! Glaube ich! Können wir uns nicht hinlegen? Ohpala. Huiiii! Die Geisel wird ausgegriffen. Beschützen die Geisel. Oh, okay. Geisel wurde angegriffen. Kann nicht sein. Das darf nicht sein. Halt's Maul! Wo ist denn die Geisel? Ach, Leute, ich bin vorbeigelaufen. Oh. Hallo! Halt's Maul! So. Huiiii! Boom! Lass mich mal eben kurz ne Spritze geben lassen hier so. Und wie auch, guck mal. Hallo! Also für solche Take Downs lieb ich das Spiel ja, ne? Ist anders als ich vorher vorher konnte ich durchgehend ballern. Jetzt dreht die sich einmal immer so bei nach jedem Schuss. Stell dir mal nicht so rum, du Pussy. Du sollst, als hätte man dir grad den Schnuller weggenommen, ey. Also erst heult da rum, als würde man irgendwie das Eis aus seiner Hand reißen und es einfach auf den Boden werfen. Jetzt dachte ich, komm sie doch mal her, bitte. Oder, ja, komm! Oh, ne, komm! Oh, ne, ich will hier sch- scheiße. Siehste? Ist jetzt ja wieder unfreundlich. Äh, ja, hallo. Es war sehr edel von Ihnen, mein Genie zu retten! Oh! Das war für die scheiß Beleidigung, du Spacken, ey. Erst scheiß sammeln, um scheiß freizuschalten. Dann krieg ich den scheiß. Alles klar. Scheiß, scheiß, scheiß. Na, gucken wir eben, was für ein Level. Wir sind Level 9 und Fähigkeiten in Level 9. Was gelungen wir denn da? Also wir haben jetzt... Du hältst jetzt... Ja, schon wieder ein Gesundheitsfeld. Halte eher, um im Sprinten eine Waffe nachzuladen. Ach, wir können jetzt im Sprinten nachladen? Aber nice. Testen. Das ist doch schön. Ah, nicht dass... Äh, wir müssen uns dann... Ähm, was hab ich denn jetzt gemacht? Bullshit, weg damit. Wir müssen dieses geile Ding hier aktivieren. Uiuiui, da sind aber viele Sachen, die wir einsammeln können. Schnellreise zu diesem Ort. Ähm, dann gehen wir mal kurz zum Geschäft, um kurz Speicherstand zu machen. Äh. das ist nicht doof ich finde mit der karte bin ich die ganze ich muss mich immer noch daran gewöhnt ist man irgendwie so schnell ist plötzlich da oben ist noch eine kiste die um uns zu leben zwiebelkacke also ein schatz zicke zack sage ich einfach zwiebelkacke zwiebelkacke die kiste war ja versteckt so wir müssen was wir die waffe haben für welche war das nicht für diese hier vollautomatik ohne scheuern ohne bücken einfach nur aufs knöpfchen drücken vollautomatik ohne scheuern ohne bücken einfach nur aufs knöpfchen drücken kaufen testen und neunmal hier unten zu sprengen und jetzt danke ich danke mich für schüssel und hat sein bis zum nächsten mal tschüss